Herzlich Willkommen bei dem Projekt Viola Emotion. Das Projekt ist der Viola da Braccio gewidmet. Mehr über die Geschichte des Instrumentes findet ihr auf der Webseite violadabraccio.at Wahrscheinlich jeder kennt die Braccio. Sie sieht heute ungefähr so aus. Die Modelle unterscheiden sich untereinander, vor allem in ihrer Korpusgröße. In die Familie der Viola da Braccio gehören aber auch noch andere Violen, die sich sehr in ihrer Form und ihren Klang in den letzten vier Jahrhunderten verändert haben. Ich gastiere heute in dieser schönen Wiener Werkstatt und möchte eine barock und klassische Braccio präsentieren. Das ist eine Braccio aus dem Jahr 2004 und ist eine Kopie eines Originalinstrumentes aus dem Jahr 1700 von einem Wiener Geigenbauer Nikolaus Leidolf gebaut. Ich spiele mit dem Barock Bogen. Das ist eine Kopie eines Bogens aus dem 18. Jahrhundert. Als erstes Stück spielen wir ein Concerto für Cembalo mit Viola da Braccio von Georg Friedrich Händel. Die Viola ist in 415 Hertz gestimmt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Vielen Dank.